Alter, 43, 9, ey, mein Gott, wie konnten wir glauben, dass wir gewinnen können? Mit unseren europäischen Teamkameraden, was, Vater? Wir haben überhaupt keine Schuld. Pfff, das ist einfach nur schlecht. Ey, ein Team, ist ein Team. Man sagt, ein Teammitglied hat das Team versagt. Wir diskriminieren niemanden in unserem Team, okay? Warum bist du immer so solidarisch? Weil du das immer willst. Team, 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 Team. Ja, wenn das Team, sonst kommt. Keine. Du bist ganz ruhig. Wo ist mein Gummiball? Jetzt schrafst du dir schön an den Ohrläppchen die Urtas. Und fadlst Wursala. Wursala. Nicht Wursala. Ich muss Wursala gesagt. Wusa! WUSA! Habst du die Ohrläppchen? Nein? Da ist dein Headset drauf? Das wirkt dann nicht. Warte mal, okay, ich reib mir das Ohrläppchen. WUSA! Du musst das länger machen. Mit Gefühl. WUSA! 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 Nein! Du musst das mit Gefühl machen. Du musst daran glauben! Mach ein Tutorial! Ja, mach ich auch. Gut. WUSA! Nein! Ich schnappe draußen! Ja! Was du? WUSA! Ich schnappe trotzdem! Ja! WUSA! WUSA! Du würdest auch auf Transport snipen! Natürlich! Und auf Nuketern! WUSA! 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 brauche. Der ist ja hier. Und snipet ist. Epic Team Player Strings versucht geradezu Epic's Hyper Player Strings zu werden. Aha. Das heißt, du musst digitieren, oder was? Genau, ja. Das heißt, wenn du in Gefahr bist, dann scheinst du Strings und dann Dann will ich aber auch die Musik dazu gehören. Ja, what the fuck. Tu's. Ich kann nicht passen, ein Down da. What the fuck. What the fuck. Das ist wieder Z4. 60. Mit großem Munitionsvorrat. Hey, steh mal für mich, dann kann ich die BA aufnehmen. Ja, ich bringe schnell das Auto da. Na, what the fuck. Ich werde vermutlich eh gleich bei B krepieren, also Ich schau mal. Ist das unsere Rauchgranate? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ganz alleine. Und ich habe... Ich bin tot. Mein M60 liegt jetzt da. Mit 168 Schuss oder so. Ja, ich bin 18. Oh, gut. Ach, B ist f*** offen. Da müssen mehrere auf einmal drauf. Allein kann ich das nicht. Das klingt wie ein Epschild. What the fuck, ich bin bei B, wie soll ich bin bei B? Ja, wir tun das! Epic Teamplayer Strings. Ah, what the fuck, da liegt der in einem Brauch. Oh, 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 oh. Ich hab's. Ja, Epic Teamplayer. Oh, oh, oh. Ich seh, ich bin, ich schieße. Einfach nur den Träger halten. Einfach nur den Träger halten. Alles wird gut. Und den Bauch reiben. Und das Ohrläppchen treiben und R1 gedrückt. Ich hol mit Star. Wir verlieren Bravo! Strind! Bravo! Ja man, ey! Ich wollte gerade snipen, dann hat einer mich gesnipt. Das ist sehr gut. Wir haben Bravo verloren. Ich hab' ich A. Bravo! Cobra ist unterwegs. Strunzel? Ist da irgendwo ein Typ? Wir verlieren A. Nein, ich seh' niemanden. Wobei doch da hinten. Arbin. Ok, dann schnappen wir uns das jetzt. Aber da sind sicherlich noch mehr. Strind! Da sind noch mehr! Strind! Na gut! Halt du! Wie auch immer du bist. Weiter! Ich bin da! Episch! Ich kann nicht zielen! Ich kann nicht zielen! Dann, dann ziel er nicht! Schieß! Jaaaa! Flucht! Flucht! Mach mal's! Flucht! Mach mal's! Mach wie möglich! Äh! Wir haben A verlor! Wozu die Fluchtoption einbauen, wenn das eh nicht funktioniert! Fö! Komm nur mit deinem Taktiker! Los! Versuch's! Hahahaha! Schildärm! J�! Was für Dinge, die du freuen! Ich bin nicht gefeilt! Oh! Das war irgendwie nicht! Charlie wird gesichert! Oh, wtf! DIE EF! Pff! Sie leiden! Aha! Alpha gesichert! Ich wollte nur B verteidigen, man! Wir verlieren A! Stronsal! Ah! Roger! Haben wir es mit Schauldämpfung? Ich habe keine Ahnung. Ahhhh! 60 gegen M60. Meine M60 war besser. Feindliches Boden-Luftgeschütze unterwegs. Wo ist der? Ist aber also Base Clear. Ok, ich versuche mal C zu bekommen. Charlie wird gesichert. Ich hatte keinen Ausrüst. Siehst du? Ah, da meint sie vermutlich hat er das geschützt. Mhm. Das ist der Typ mit der M60, pass auf. WTF, was war das denn? WTF, was war das denn? Ich war doch auf der Treppe. Wir sind einfach nur gestorben. Wir haben nur Blark. Von 0 auf 100 tot, Blark. Hey, da ist der Mond. Ahhhh, Camper. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Camper deiner Flagge, wieso nicht? Wir verlieren B. B. Feindliche Vorräte unterwegs. Ah, Mann. Ich sehe ihn, aber er hat schon auf mich gezieht. Hier ist es sicher. Wo sind sie, wo sind sie? Warte, ich weiß nicht mehr, wo ich... Ahhhh. Lau. Ah, schon wieder. Ein zweites Land. Ah, das war ich. Das ist jetzt schon besser. M60. Auch. Oder das. Feindliches Mörsel hingesichtet. In Deckung. Ah, da ist der M60. Wenn es mit Griff ist, ist es nicht meine. Ah, er hat Griff, ne? Dann ist es nicht meine. Ah, ich sollte nicht immer rennen. A wird gesichert. Feindliches Mörsel hingesichtet. WTF? Ich spawne. Lauflos. Sterbe. Alle Positionen gesichert. Positionen halten. Huwax. Hallo? Hm? Ich stehe auf einer epischen Position. Ich bin nicht ziemlich offen, aber was solls. Und ich wurde angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Ohhhh. Feindliches Spionageflugzeug gemacht. Typ mit Formas. Geist. Und Schalldämpf. Klassisch. Wir verlieren A. Oh Gott, wieso können die so gut ziehen aus der Empfehlung und ich nicht? Wir haben A verloren. Merz. Wir haben Charlie verloren. Nein, nicht Charlie. Okay. Wo ist das? Ich bin einfach in den Scheißladen. Ich bin einfach in den Scheißladen. Ich bin einfach in den Scheißladen. Einfach nur den Träger dran. Runter halten. Oder wieder zurückhalten, auch immer. Aaaaaah. Okay. Auf langen Entfernung ist das nicht so klug. Überall lange Entfernung. Beschütze mich sonst. USB beschützen. Du das, während du mich beschützt. Du bist voll an ihm vorbeigelaufen! Echt? Ich hab' nicht mal gesehen. Er ist am Boden gelegen. Na what the fuck, der Lieder leg ihn über Leichen! Nur, dass er keine Leiche war! Na gut, er leg ihn über Kräfte. Los, Fighter! Ich helfe dir! Nein! Er wurde gesniped. Von wo? Das ist die Frage. Oh, oh. Oh, oh. Wo, wo, wo? Oh, oh. Helikopter. Ah, Mist. Oh, der fiss dich eben. B wird gesichert. Ah, B, ich helfe dir! Willst du das weiter? Okay. Jawollo. Ah! 60 mit Griff. Das ist nicht deine. Das ist Ray. Charlie wird gesichert. Ich hol mir jetzt Charlie. Ach, der hilft mir. Tu das. Jetzt war's auch nicht mehr notwendig eigentlich. Okay. Hä? Da oben. Äh, äh, äh. Geist. Wow, 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 wow. Den hab ich überhaupt nicht gesehen. Und ich bringe den Quickscoped. Naja, oder auch nicht. Weiter Druck machen, das schaffen wir. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Oh, oh. So viele rote Punkte neben mir. Wir verlieren Charlie. Schronzel, Charlie. Oh, was ist... Ich halte den Low. Ach. Ja, hey. Punkte sind Punkte. Nafe im Angriff. Verbündete Vorsicht unter anderen.... Oh, Gott! Ich kann nicht mein Messer... Und ich kann nicht zielen, oh, f**k. Ziele auf. Wo ist denn eigentlich? Gut gemacht, Team. Auf weitere Befehle warten. Wir haben gewonnen. Sieh mich an, wie ich ratatatatatata te tette. Ja, oder auch was... Oh, wie kann... blick ich sehe meine Leiche krümmt einfach unrealistisch leicht total wie Jochen